Heute gibt es eine kleine Challenge, vielleicht auch eine große Challenge und ich will gar nicht zu viel erklären und ihr dürft das ganze ausprobieren. Also, wir gehen in eine Rolle. Was wir uns hier einmal klein machen und einmal zur Seite rollen, über diesen Pflug zur anderen Seite wieder hochkommen. Und das war's schon. Ich mache mich klein, roll mich einmal da und komme. Und das Ganze sieht wahrscheinlich super leicht aus. Das heißt, probiere es genauso leicht zu machen und löse das Bewegungsrätsel. Lektion heute dabei ist, dass es wertvoll sein kann, ein neues Bewegungsrätsel zu lösen und jeden Tag etwas Neues zu lernen. Das ist super, super entscheidend. Wenn wir das Gleiche machen, wird sich unser Gehirn auch nicht groß weiterentwickeln. Wir wollen, dass unser Gehirn jung bleibt. Und jung bleibt das Gehirn, indem es neue Aufgaben bekommt. Das Gehirn ist plastisch, ist es hoher oder zu fähig, sich weiterzuentwickeln, neue Sachen zu lernen, aber wir müssen auch neue Reizen geben. Das heißt, lerne was Neues oder kombiniere auch gerne die Sachen, die wir schon hatten, zu neuen Dingen.